Hallo Leute und Willkommen zurück zu den Survival Games! Du hast mich tausenden Mal besogen Du hast mich tausenden Mal besogen Ich bin Hübschen so Ich bin over the bridge Oh du bist auch over the bridge Over the bridge, under the beach Oh dear Wer will dich hit'em? Ich hab 8 Pfeile 1 Bogen und 1 Schwert 1 Bogen Und 1 Axe für den Noel Oh na heiß Give it to me, girl give it to me Give it to me, give it to me Give it to me, girl give it to me Give it to me Singt ihr überhaupt dasselbe? Ja Ja Also glaub ich Ja, doll Das war schon dasselbe I'd be here without you, baby Da hinten ist einer Da hinten ist einer Da hinten ist einer Ich hätte noch einen Steinschwell für jemanden, aber okay Ja, 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 ja Autsch Neben uns sind auch noch zwei Oh Gott Lass mal weggehen, lieber Ja, echt, man Noel Geh du mal drauf, komm Oh, ich glaub Das kann nicht Also Ja Wollen wir uns umdrehen Trick 66 Ja, okay Mach den Trick 66 Undo ding Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich hab noch ein Herz Nein Nein Oh Gott Wurst du mich bitte einmal nur Oh scheiße, das war schmerz Fuck man, das war richtig Scheiße Das war ja richtig doof Aha User entered your channel Hallo Ey, nur du hast Gottes Büsse verpasst Keine Connection, Basti Ich find das nicht lustig Ich kann schon runterspringen, wenn wir Ich hab einen Bow Ich hab auch einen Bow, aber keine Foils Ich hab auch einen Bow, keine Foils Ich hab auch einen Bow, keine Foils Ich hab Pfeile, aber keinen Bow Bestes Teamplay wieder, das war ich Also ich hab einen Pfeil jetzt aufgesammelt Lass mal, äh, Noel, lass mal deinen Bogen droppen Ne Oh Gott Meiner Okay, ich sterb Oh Gott Oh Gott, ich hab mal das Oh du Was Ey, oh Ohne Witz Ey, das muss ich in Zeitlupe einspielen Ich hab dich nicht getroffen in meiner Welt Oh Gott Ein Herz, ein Herz Kill ihn Gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn Oh nein Oh nein Nein Der hat 1,5 Herzen Mann Mann Ey, Quatrex, das musst du nehmen und Sooo Vulcan of Death Wer hat Schneider? Der Schneider Oh Mann Ey, der war jetzt sogar zu schlecht für mich So Okay Ich hab ganz kurz Zeit Ne, ich fand, ja, weil dann bin die Wurst schon angepasst Sorry Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ich glaub, das ist gut Aber warte, ich wollte dir sowieso Hier, nimm Nimm, 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 nimm Nimm Und nimm, wenn du brauchst, auch das oder Ne, das hier meine ich Und das da Oh Gott Alter Ich hab mich sehr erschrocken Heieiei Heiei 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 Da drüben sind welche Lass die mal 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 Welche rechts Rechts oder links Links Der steht an der Kiste Und der hat so einen Namen, als könnte er was. Angeblich zumindest. Kannst du mich putzen? Ah ne, du bist ein bisschen weiter weg. Ui, du bekommst dich. Sammelst du die Kiste noch ein? Ah, der hat nur gelegt. Dachte ich mir schon. Hey ho. Hey ho, let's go. Ja, der lockt sich aus und ja. Hast du einen Stick? Ja, hab ich. Dann lass in die Mitte gehen. In die Mitte. Ja, okay. Lass nur noch kurz die da töten. Oh Gott, okay. Das ist ein kurzer Umweg nur. Und dann kommt gleich der nächste und dann ist wieder ein kurzer Umweg gesagt. Geboten. Okay. Äh, da ist ein gulde Pflut. Okay. Auf in die Mitte. Ja, warte kurz. Ich warte. Ich warte. Ja, ich wollte hier die Kitze aufmachen und in der Zeit. Hast du einen Trecken? Achso. Was du? Ach, egal. Hast du vielleicht noch ein Dia? Äh, alternativ leider gerade im Moment nicht, aber ähm. Soll der Scheiße. Müsste ich erst nachbestellen noch. Sorry. Aber bist eigentlich drin. Ich glaube, da sind welche beim Spawnen. Zumindest zeigt mein Gegner da dahin. Ja, man ist auch. Offen. Und da ist jemand. Ja, da ist jemand. Schließlich, weil der Geist. Ja, crafte du, wenn du willst. Ja, dann gib mir den Stick. Achso. Ups. Ja, kriegst du gar... Oh, das ist ein Team. Oh Gott. Warte, ich erst lieber mal einen Goldapfel. Die kommen, die kommen, die kommen. Uiuiui. Okay. Lass die töten. Den einen dürfte ich bekommen. Okay, das bist du, das bist du. Oh Gott, oh Gott. Den anderen habe ich bekommen. Alles safe. Alles safe. Oh Gottchen. Oh Mann, ich wollte gerade in der Truhe craften. In der Truhe? Was? Hast du noch einen zweiten Bogen? Oder überhaupt einen? Jo. Nice. Dankeschön. Bogen. Oh, ich habe ihn sogar direkt ins richtige Ding. Geil, oder? Nein. Äh, Bogen. Okay. Äh, Bogen. Ja. Gehen wir den Gegnern hinterher. Eho, was geht? Geht man nicht hinterher, ja. Eho, was geht? Nee, lass lieber in die andere Richtung laufen. Ich habe keine Lust auf den Vulkan. Okay. Ja, sehe ich nichts. Ja, ich auch nicht, aber... Irgendwann wird was kommen. Okay, jetzt. Dann greift mich nicht an. Doch. Ich hoffe, die haben keinen Bogen. Hast du Pfeiler auch? Nö. Gar keine? Nö. Na, ich habe acht Stück, aber die spare ich mir noch kurz auf. Wieso steht der da einfach so wie ein geisteskranker Mensch? Der sich nicht bewegen kann. Hinter uns ist zwar noch einer, aber der ist gerade egal eigentlich. Busst mich, busst mich, busst mich. Komm schon. Sieh! Nein. Oh nein. Achtung. Ich nehme den hinten. Ach, der ist so dumm, ne? Mit seinem Scheiß TNT. Okay. Ich habe ihn... Ich habe ihn... Okay, warte, ich komme wieder hinterher. Ich habe noch einmal gehattet. Nice. Dann dürfte der eigentlich nichts mehr haben. Okay. Oh, ich kann dir noch ein Eisenschwert craften. Komm, wir gehen in die Mitte. Cool. Ich hätte noch Eisenschuhe für dich. Oh, Leute, ich kann uns über einen Diaschwert craften. Ja, also ich... Mh, wäre aber eigentlich eher fürs Eisenschwert. Ich kann ja beides machen. Ja, warte, hier hast du die Eisenschuhe. Also ich hätte zur Auswahl das oder das. Okay, dann nehme ich das. Und dann hätte ich hier das hier noch, falls du noch kannst hast. Nehme ich. Auf geht's. Da ist euch die Eisenachse mitnehmen. Aber es ist leicht. Hier, einmal kurz stehen. Oh, 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 won't you stay with me, cause you're all I need, listen. Okay, wir kennen weiter, kenne ich den Text leider nicht. Das tut mir leid. Das wollten jetzt alle hören. Mangelt es am Text. Oh, da sind sie. Zwei. Okay, okay, die meinen. Der Blomska, der ist kein unbeschriebenes Blatt, muss ich an der Stelle warten. Das wäre natürlich eine coole Sache, so. Okay. Nice. Hast du noch einen Dier vielleicht? Ne, ich habe nur einen, aber ja doch. Also, nein, also, ja, also, nee. Nehme den Stick. So, das wird hier noch ganz ein bisschen auf. Deathmatch geht auch los. Los, los, los. Tsch, 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 tsch. Also, ich glaube, dieses kriegen wir in den 30 Sekunden nicht mehr. Also, ich glaube, der Dark Hunter ist echt kein unbeschriebenes Blatt. 2003, meinst du, das ist der Original? Der Official. Fischl. Der Fischl. Der Official Trailer ist es, glaube ich. Fischl. So, Moment. Okay, es geht los, es geht los. Habt sich dem noch eine frische Angel. Und, damm, 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 ich gehe in die Mitte und hole mir auch kurz ein Diamantschwert. Dann macht der andere es auch. Dann ist er auch da. Ja, ich sehe es. Das ist aber die einzige Gefahr vom anderen. Wollte mir vielleicht ein paar Pfeilchen geben, weil ich habe keine. Äh, ja, gleich. Ich will kurz den einen hier. Hallo. Der Dark Hunter war echt hier. Ja, war echt hier. Longshot, Snipe, sage ich da. Oh, pass auf, pass auf. Ich habe mich, wie ich nach unten geguckt habe, um mich zu ducken. Oh, nein. Oh, ich sollte vielleicht nicht mit der Angel nur boxen, wäre eine Idee. Okay. Komm her, komm her. Der ist bei mir in der Luft irgendwie verschwunden. Ich habe noch ein paar Pfeile bekommen. Noll. Ich habe den hochgeworfen und wenn du den direkt wieder aussammelst. Ja. Alter. Oh, ich habe mir Kuh hochgeworfen, daran müssen liegen. Einen Moment noch. Warte, dass es gleich ist. Hier, bitteschön. Jetzt haben wir gleiche Chancen. Okay. Warte, das ist irgendwo ein Lava-Ding. Nee, ich glaube nicht, das wäre richtig cool. Ah, nee. Oh, man. Okay. Legen wir los. Ja. Ohne Feuerzeug, sonst ist mir egal. Mach. Let's do this. Let's do it. And 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 do it. Sag, I have a feeling. Du hast ein Level. Das gefällt mir gar nicht mal so gut. Nein. Was machst du? Ich bin ausgewitschen. Alter. Hä? Das sah gerade echt so aus, als hättest du durch das Ducken dem Pfeil ausgewitscht. Echt? Ja, das sah echt so aus. Weil das muss ich auch in Zeitlupe machen. Hier ist Foch hin. Foch hin? Foch hin. Ja, ihr wisst nicht, was ich meine. Oh Gott, ich wurde zurückgebackt. Und dann standest du in mir. Das war der 360 Eimerwurf. Warte, ich muss was essen. Ist mir eigentlich egal. Nein! Ich werde dich vermissen. GG sage ich da nur. GG. JJ. Ich will aber noch mal. Mann, ich darf nicht mehr schreiben. Ach Gott, hier sehr gut. Viel Dank fürs Zusehen. Nächster Partei will ich wieder, du Bui. Bis dann. Tschüss. Tschüss.